Und weil wir in Spendierlaune sind, gibt es dieses ostdeutsche Underground Sound Album bei uns zu gewinnen. Alles, was ihr dafür tun müsst, ist der fehlende Part bei Instagram eintippen und ganz aufmerksam sein. Dann könnte diese CD bald euch gehören. Der Gewinner wird am Dienstag bekannt gegeben. Und damit hoch die Hände Wochenende, genießt den Feierabend oder eben euer langes Wochenende. Nächste Woche Freitag sind wir wieder für euch da und wenn ihr wissen wollt, was es zu sehen gibt, dann am besten abonnieren und reinklicken. Schönen Abend und tschüss. Bis zum nächsten Mal.